Premiere einer Weltneuheit am Anatomischen Institut der Vorklinik Graz. Mit einer neuen Methode können Radiologen nun erstmals Bandscheiben, Meniskus und Fußgelenk in bewegtem und damit belastetem Zustand untersuchen. 600.000 Österreicher leiden an Kreuz- und Gelenkschmerzen. Mir ist es als erster Radiologe gelungen, die Beweglichkeit der Bandscheiben dynamisch zu erfassen. Weiters gelang es mir, die Meniskusfederung in Bewegung darzustellen. Dadurch kann man vorzeitig sehen, welcher Meniskus überlastet ist und wie man insbesondere Patienten, nämlich Schmerzpatienten und Extremsportlern helfen kann. Ein Benefit für den Patienten. Der Patient wird schneller gesund und der Sportler kann wesentlich leichter siegen. Das Ganze wird durchgeführt über Röntgenstrahlen. Das ist radiologisch, eine radiologische Darstellung. Man sieht jetzt direkt, wenn man einen Knorpel oder ein Gelenk belastet, was hier während der Phase der Belastung geschieht. Mehrere hundert Personen wurden nach der Methode von Dr. Fritz Florian bereits untersucht. Das Besondere daran, für Radiologen sind bei dieser Methode keine zusätzlichen Geräte nötig. Jeder konventionelle Radiologe auf der Erde kann diese Methode innerhalb von einer halben Stunde erlernen. Er muss sich noch eine Software kaufen, die 50 Euro kostet und er ist voll in der Lage, diese Analysen, genauso wie ich, durchführen. Die weiteren Ziele, die wir haben, ist natürlich, dass wir gemeinsam mit Dr. Florian diese schönen Ergebnisse, die er hat, auch nun mit dem morphologischen Substrat auch dokumentieren und erforschen. Und auch dann einer großen Öffentlichkeit präsentieren können. Nicht so im wissenschaftlichen Bereich, als auch über die Medien. Wir haben auch den Zerstörungsmechanismus von Bandscheiben gefunden. Und wir können vorzeitig jeden Einzelnen individuell beraten, damit der Patient nicht in eine furchtbare Situation kommt. Die richtige Erkennung des Problems ist von Bedeutung, um individuell eingreifen und dem Bürger die Gesundheit seiner Gelenke und dem Spitzensportler die beruflichen Erfolge zu erhalten. Topfit lautet der Benefit. Und das für jeden Einzelnen.